Ich lerne Deutsch Nummer 8187 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Zuneigung ist ein Gefühl der Sympathie, Freundschaft oder Liebe für eine andere Person. Zuneigung ist ein Gefühl der Sympathie, Freundschaft oder Liebe für eine andere Person. Vielen Dank für das nette Gespräch. Ich freue mich, Sie morgen persönlich begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für das nette Gespräch. Ich freue mich, Sie morgen persönlich begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für das nette Gespräch. Ich freue mich, Sie morgen persönlich begrüßen zu dürfen. Es ist höchste Zeit, dass wir alle etwas für unseren Planeten tun. Es ist höchste Zeit, dass wir alle etwas für unseren Planeten tun. Es ist höchste Zeit, dass wir alle etwas für unseren Planeten tun. In der Bibliothek gibt es Bücher über berühmte Schachpartien. In der Bibliothek gibt es Bücher über berühmte Schachpartien. Bei schönem Wetter lohnt sich eine Fahrt im Heißluftballon. Bei schönem Wetter lohnt sich eine Fahrt im Heißluftballon. Bei schönem Wetter lohnt sich eine Fahrt im Heißluftballon. Ich freue mich, Sie alle anderen. Ich freue mich, Sie haben die Fahrt im Heißluftballon. Ich freue mich, Sie haben die Fahrt im Heißluftballon. Jetzt, wirsten bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, Sie sind die Fahrt im Heißluftballon. Und gib uns bitte ein Like.